hallo und herzlich willkommen zur zweiten folge von minecraft the dead ich wollte gestern auch noch eine folge raushauen für halt eine zweite folge an einem tag und ich habe das nicht geschafft weil ich einfach keine ich habe das nicht geschafft weil du irgendwo hin musste und dann keine lust mehr hatte und beim kumpel geschlafen habe deswegen kommt jetzt die folge ich hoffe es war für euch okay und ich bemerke gerade wir hatten das stein fahren für unser haus ja also werden wir mal stein fahren und ich wollte mich bedanken für die ganzen likes vom letzten video ich habe gestern morgen nachgeschaut es waren die drei likes ich weiß nicht ob wir mehr sind oder weniger ich weiß nicht aber wir wollen euch mal zu danke sagen und ja wir werden darauf zu stein fahren für unser haus weil ich will ein steinhaus bauen habe war nämlich habe ich ziemlich lange nicht mehr gemacht so so was was soll ich jetzt sagen ja also ich habe schon mal leichte play gemacht was dann so als macht was wir alles auch mache hier ich glaube in diesem mann kopf der folge staffel wert wird nicht so viel story kommt wieder letzten ist jetzt in staffel weil ich weiß nicht ist es passt ihm nicht so richtig und mein schneider skills wird ein schauspieler künsten da ja da brauche ich nicht als anfang ich hoffe ja bald kommen mods weil ich habe eine richtig geile idee also falls mods irgendwann mal kommen sollten ich hab mal ich bin momentan sehr auf dem hype von tornados also seit ich in drei vier bin habe ich mich da habe ich mich beschäftige ich mich mit tornados momentan oder letzten jahren nicht so mehr so doll aber jetzt schaue ich so minecraft tornadoes weil wegen sein von fire redstone irgendwie war halt und es wäre schon geil wenn etwas für die pc gibt geben würde diesen mod falls in der mod gehen wird ich kann mir sagen auf der xbox gibt es gibt der mod und vielleicht gibt es einen weg gibt der mod auch und ich hoffe ja irgendwann kommt auch mal mods für die playstation oder ich kaufe irgendwann irgendwann ein pc ein laptop der gut damit immer mit dem er gut zocken kann und dann einfach gut der mod er würde wer die macht einfach rauf und schallert und gut ist so da muss man erstmal erstmal kein fenster rein was reicht nicht oder was ich hoffe es reicht also für die erste die ersten sachen hier so ich hoffe für euch das lebt nicht so lange hoch da kommt vielleicht auch eine zweite folge also noch eine folge heute raus wenn das weil es kann man gut als projekt und ich will ein bisschen aktiv werden ich will dieser staffel 50 folgen schaffen weil jetzt waren gar nicht nur 22 folgen und ja das aber ich habe ich mag diesmal auch einen anderen trick du musst halt besser die 50 folgen hin bekomme weil in anderen folgen alle anderen staffel habe ich immer offline weiter gespielt heißt ich habe sie aufgenommen was ich alles gemacht geschafft habe und deswegen sind auch mehrere stunden einfach die ich in videos die halt als folge hochladen könnte einfach ja irgendwie halt weg also ich habe sie aufgenommen aber weil ich auch mit hätte wäre das bestimmt noch 30 folgen mehr gewesen was jetzt gemacht habe deswegen werden werde ich hier offline nicht weiter spielen weil alles wird immer von cam und cam gemacht so der boden ist auch verlegt oder fast jetzt so ich würde sagen sollten uns mal eine schaufel holen ach haben wir schon eine so also so ich gehe mal da vorne ein weil die sand die sandberge die hier gerade sind sollt will ich nicht weg machen und deswegen gehe ich mir ein bisschen weg und ich merke schon wieder ich kann nicht hier reden alter und die war euer wie vorhin eure tage so oder sommerferien ich bin ich bin ich äh ich hab's ja am montag auf und jetzt die fünfte woche beginnt gerade das heißt vier wochen sind schon um also ich muss sagen dass die sommerferien gegen extrem schon um ich meine wir haben noch zwei wochen wo es wohl noch glücklich bin aber trotzdem diese vier wochen ging so schnell um also es ist krass und nächste woche werde ich bei meiner oma sein zwar vielleicht fünf tage oder so und das wochenende wieder zu hause oder so aber dann kommen wir wieder aktiver videos und da kann ich wenigstens gestört mir das machen und ich merke schon wieder wir haben wir haben genug stand und auf jeden fall ja das ist das ist das internet da ist schlecht ist vielleicht ein ticken schneller oder gleich gleich schnell aber immerhin nutzt der nicht halb kurzen das internet weil bei mir ich weiß nicht es ist halt nicht so schnell weil irgendjemand untergeguckt youtube benutzt das handy mein bruder und 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 machen wir machen wir mal 30 wird schon reichen wird schon reichen fällt auch ein bisschen ausleuchten draußen und spawnen da böse leute so die tür wäre jetzt auch nicht schlecht oh Gott von weiten sieht es aus sieht dieses bürkenhals aus wie sand gleich weil ich spiele ein bisschen weiter weg weil sonst halt immer man jetzt rausschöre von meiner playstation ach wundervoll äh denn jetzt noch dieses komische raid ding ich sage mir könnte schon dieses diese schwarz eiche fällen weil ich will dass dieses holz als dach benutzen so deutsch wieder richtig gut und naja die bäume sind groß deswegen vielleicht reicht ich reichen zwei bäume schon aus für das komplette komplette dach äh so ihr natürlich könnt ihr auch die kontaktere schreiben was ich noch machen soll in diesem projekt also was ich so ungefähr bauen soll weil manche haben halt andere heute eine bessere idee ich sollte auch eine nette stecken also jetzt nicht so eine äh riesenstatt bei uns wäre wir müssten ja mehrere tausende folgen haben ich meine Kronkh hat auch hier tausend auch so ein netzplay gemacht mit tausend folgen aber ja ich hab halt ich hab auch nicht alle geguckt weil ich glaube man bestimmt ein paar Monate durchzuschauen und ja wir machen das bitte schön also ich mag Kronkh aber trotzdem das tu ich mir nicht an und ich muss sagen die tausendste folge muss ich sagen ne so viel hat er gar nicht geschafft also ich weiß nicht meiner Meinung nach was er da geschafft hat hätte haben niemals tausend wirken gebraucht klar es kann sein dass er vielleicht äh auch 41 alter Gott naja was er geschafft hat natürlich hat es lang gedauert das kann kann ich ja auch vollkommen nachvollziehen nachvollziehen aber jetzt wirklich tausend folgen weil ich glaub die gehen so 16 oder 20 Minuten oder auch äh halt länger aber so viel naja so jetzt grafen wir mal bisschen was wird schwer es wird schwer nacht so und ich wollte ganze zeit auf dem auf die uhr ja ein 10 mach ich es jetzt und 10 und es wird immer länger und deswegen darf ich mich einfach kommen nimmst du jetzt einfach mal auf ja es reicht safe ich hab auch schon keine Idee so kein Weg einfach so ein Weg der nach der Hände zeigt einfach zum dschungel sozusagen Mnalsom BK zu Miner damit wie wilde will aber auch wissen so na komm mehr zunächst mal blub 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 naja gut dann beginnt schon mit dem Dach wenn wir nicht schon wenn das Glas noch nicht fertig ist. Ah. Wartens rechne. Aha, geil, zwei Sand fehlen noch. Mit meinem Glück verbrauche ich mich jetzt irgendwie noch und dann muss ich das Glas abbauen. Ja, also. Mega. So, jetzt warten wir einfach ab. Dann können wir uns mal so keine, so keine, na, hochbauen um das, um den Dach zu bauen wahrscheinlich, oder? Das nachzubauen. Äh, da bin ich auch schon wieder, meine Mutter dachte ich einfach, komm, äh, sagst dem, äh, sie meinen, so muss man vielleicht Würdiges sagen. Wichtig war es, war es nicht. Aber, hm. Sachen gibt's, ne. Ich glaube, man kann ja jetzt Stöcke, man kann ja, man kann ja jetzt Stöcke aus den Leder daraus bekommen. Und ich habe ja gerade viele Fledermäuse. Ah, shit. Here we go again. So, dann machen wir ganz schnell mal hier das Dach. Ja, schnell geht's, ne. Man darf sie nämlich nicht verbauen. So. 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 Dann können wir unser Haus, wenn wir fertig, also einigermaßen fertig bauen. Äh. So. Sagen, wir platzieren dieses Dach nochmal. Die bei Holz. Die Sachen gehen noch schnell. Die 10 Stück packen. Also, wir machen die Leiste hier nochmal schnell voll und dann. Ist ja bei Ende am Gelände. So, Leute. So. Diese Folge sind wir wieder sehr viel weitergekommen, und ich weiß, die Folge war nicht so spannend. Aber, das müsst ihr halt wissen, weil… also. Warte mal, warte, warte, warte. Zummer ist die Folge nicht so spannend, aber, ja. So wird öfter so sein, weil ich einfach bauen werde. Und ja, das gehört dazu, zumindest als Play, ne. Also, würde ich euch gefallen hat und, ihr Ideen habt, was ich denn bauen soll? Lasst mal ein Like da und schreibt in Kommentaren. Und wenn ihr mich mögt oder nichts verlassen wollt, lasst einfach ein Abo da und die Glocke zu aktivieren. Würde mich sehr freuen und viel Spaß noch und ciao.